So, ich bin's wieder, TomRP und willkommen zurück zu den Survival Games auf dem Hive-Server. Und heute bin ich nicht allein, weil ich wollte meine Chance einfach mal steigern, vielleicht auch mal unter die Top 4 zu kommen. Das schaffen wir heute auch sicherlich, denn dabei ist der Mike. Hallo Mike. Hi, Mike. Der ist hier rechts von uns, wie ihr sehen könnt, der hier mit der Brille. MRMW97. In 10 Sekunden geht's los. Mike, hast du das Spiel schon mal vorher gespielt? Ein bisschen. Ein bisschen. Das ist, denke ich, schon ganz gut. Gute Voraussetzung. Und los geht's. So, wirklich, ist ein guter Start. Und das wir hier auch... Und da haben wir... Ja, das ist ein Kuchen. Ich hab Kuchen und eine Lederhose. Und ich werd geboxt und bin tot. Gut, das ist nicht so gut gelaufen. Ja, das ist ziemlich scheiße. Lebst du noch, Mike? Ja. Ich bin gerade auf dem Weg. Alles mal zu looten. Das ist sehr erfreulich. Mike, du kannst die Runde ja zum Üben noch zu Ende spielen. Aber meine Zuschauer sehen dann erst die nächste Runde wieder. Also sag ich schon mal, bis gleich. Ich bin auch tot. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Er ist auch tot. Das heißt, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Äh, Mike und ich auf einer anderen Map. Und dieses Mal wird es klappen. Ich hab's im Urin. Eben war ein bisschen blöd. Ähm, weil das... Weiß ja auch nicht, wie das passieren konnte. Aber ist ja auch egal. In C, sie konnten, geht ne neue Runde los. Das muss man abhaken, was eben passiert. Das ist eben haltbar scheiße gewesen. Und jetzt wird sicherlich besser. Und vier, drei, zwei, eins. Auf geht's, komm und los geht's. Und hier und was haben wir hier? Was starben wir hier haben? Und ich hab... Ich hab vier Weizen. Okay. Da ist der Mike. Mike, komm, folg mir. Wir werden es jetzt erstmal abhauen und uns irgendwie in Sicherheit bringen. Weil diese Grabauken und Banditen... Hast du mich geschlagen? Scheiße, ich werde hier schon geschlagen. Hast du ein Schwert? Warte, warte, ich hab ein Schwert. Das ist sehr cool. Siehst du, Mike, da haben wir gleich bessere Chance. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Sind wir ein bisschen ruhig, ja. Rechts sind welche Personen? Ja, dann passen wir guck auf und dann schaffen wir das schon. Der Nachbarn, der Komponthau. Vielleicht ist hier oben auch eine Kiste? Nee, okay. Kann's unten bleiben. Okay, da unten sind welche. Ah, ich hab eine Kiste gefunden. Da sind zwei Schüsseln drin, falls wir Pilze finden. Okay, die gehen da längs. Komm mal mit. Siehst du mich? Ja. Ist hinter mir schnell, schnell geradeaus. Schnell. Vielleicht sehen die uns nicht. Nee, anscheinend verfolgen sie uns nicht. Das heißt, wir können hier entspannt längs gehen. Was haben wir hier unten? Hauen wir hier mal runter? Komm, wir gucken mal, ob hier unten was ist. Nee, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Dann wieder hoch. Na komm. So. Oh, guck mal da. Oh, da sind wir hier. Achtung. Okay, komm, weiter geht's. Vielleicht finden wir hier. Oh, da ist jemand. Link, klick, 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 klick. Warte. Du hast nicht mehr, mach du das. Oh, hinter dir, Vorsicht, hinter dir. Nee, das schaffst du nicht. Oh, scheiße. Okay. Ich hab ab. Äh, man ey, haben wir wieder ein Pech. Wahrscheinlich verfolgen die mich jetzt. Äh, nee, sie verfolgen mich nicht. Okay. Ich guck dir zu. Das ist cool. Oh, nee, da kommt jemand. Oh, ich hab nicht mehr viel Leben. Wieso sind die alle so gut? Die haben alle schon schwer und verleiten, willst du? Das sind so richtige Hacker. Oh, nee. Nee, bevor die mich irgendwo hängen. Okay. Okay, da hab ich mich jetzt umgebracht. Okay, ein Versuch würde ich sagen, machen wir doch, oder? Ja. Okay. So, Leute. Wir sind jetzt beim dritten Versuch und diesmal muss es einfach klappen. Das ist auch der letzte Versuch für das Servergebnis erst mal heute. Ja, für Mike und mich liebt es halt bis jetzt nicht so gut, weil irgendwie, weiß ich nicht. Das sind entweder die Megaprofis oder die Megaprofis oder die Megaprofis, das weiß ich aber auch nicht, weil irgendwie sind die einfach, das war besser als wir. Weiß ich nicht, was wir falsch machen. Was? Die hängen einfach, die hängen. So, los geht's. Und das war sehr gut. Und da hab ich eine Goldhose, Pfeile und einen Lederhelm. Richtig gut. Mike, wo bist du? Was tun? Okay, Mike, lebst du noch? Ja. Okay, weißt du, wo du hänggerannt bist, ungefähr? Ich hab nämlich Hose für dich. Moment, äh. Okay, ich renne jetzt erstmal ein bisschen, weil ich hab auch Angst um mein Leben. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Okay, spiel einfach erstmal weiter. Wir befinden uns schon, wir befinden uns schon. Wir kriegen das schon hin, also keine Sorge. Aber jetzt ist ganz schön spannend, ne, das Spiel, also, muss man echt sagen. Das schockt. Das ist es. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo was finde, an Kisten oder so. Ich hab das jetzt in Goldbahnen, ne Schüssel mit Suppe drinne und ne Feder. Und ein Hühnchen. Ja, also ich hätte ne Hose für dich, äh, also aus feinstem Material, aus Gold, ähm, aber wir finden uns ja anscheinend noch nicht. Kriegen wir schon. Und ne Ofenkartoffel. Ja, ich hab Körpiskuchen. Und Pfeile, aber kein Bogen. Was, ich mach hier die Megasprünge, ne? Aber hier sind nirgendwo Kisten. Einfach richtig mähen. So, ich geh jetzt einfach hier runter. Ist ein bisschen riskant, aber... Pff. Ich bin da ja schmerzfreie. Also, ich bin irgendwo nirgendwo im Turm. Ja, das ist doch gut. Der Turm ist meistens relativ sicher. Ich bin hier auf so Markt, so wie das aussieht, so wie das aussieht, so wie so Markt. Ich suche hier nach Kisten und so. Aber ich wette nichts. Ah, auch hier. Weizen noch ein Hütchen, aber... Ich hab einfach keine Waffe, vielleicht ist jede Waffe drin. Ne, da wurde schon gelotet. Äh, gut, dann guck ich mal hier, erzähl was. Hallo? Ah, fuck. Äh, wie das einfach nicht läuft bei uns. Wirst du tot? Ne, bin ich tot, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hab mir nämlich viel, viel vorgenommen für diese Runde, weil wir halt auch jetzt so zweit sind. Aber dann, als wir zusammen waren, hatten wir keine Chance. Und jetzt, wo wir eine Chance haben, fänden wir uns einfach nicht. Ich glaube, ich hab mich jetzt in einem Haus verlaufen. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ah ja, da wollte ich längst, genau. Und da ist auch die Kiste, komm schon. Nochmal Weizen und Essen. Also, ich hab Nemo gefunden, den er sich jetzt. Der hat gut geschmeckt. Ein Steinschwert, ich hab ein Steinschwert, das ist gut. Ich hab einen Helm. Das ist gut, das ist gut. Also, es läuft bei uns jetzt, wenn wir jetzt noch fett werden, werden wir jetzt noch richtig stark, also, ne? So. Und Bohr und Pfeile hab ich auch. Und ein Pelz. Die Sonne sieht gut aus. Kannst du mir deine Lage vielleicht beschreiben? Ich hab einen Steinschwert für dich, falls du brauchst. Und wir jetzt wenden. Okay, also die Lage, ihr könnt das nicht beschreiben, das macht auch nichts. Wir werden uns schon irgendwann sehen. Das ist sehr schade. Aber ich denke, du hast das Bestes gegeben. Du bist aber unter den Top 6. Top 6? Ja, das ist ein neuer Rekord, das ist geil. Das ist ein neuer Rekord. Okay. Oh, jetzt muss ich erstmal mit dem Druck klarkommen. Kannst du vielleicht ein bisschen ghosten? Ich weiß, das ist ein bisschen nicht nett, aber... Kannst du ein bisschen ghosten für mich? So ein bisschen sagen, wo die anderen so sind? Ähm... Ich fiel gerade hinter dir her. Und ich kann mir eine Pilze übermachen, das ist gut. So... Ich geh mal zum Verzauberungstash, weil ich weiß ja, wo der ist. Hier, äh... Wenn du jetzt da, wo du rübergehst, rechts neben... Also rechts... Also wenn du jetzt rechts langläufst, da siehst du auch einen... Ich weiß nicht, ob er einen Bogen hat. Nee, der hat nur ein Schwert in der Hand. Ja, der hat keinen Bogen? Nee, nur ein Schwert. Ah, hinter mir, ich renne, ich renne, ich muss rennen. Jetzt sind zwei hinter dir her. Ach, du Scheiße. Versuchen sich aber, glaube ich, gerade gegenseitig, um noch zu töten. Ja, hab Maul auf die. Auch hier, hier ist ja immer gestorben. Hier sind... Auch hier sind viele gestorben. Kämpfen die noch? Der Anna TNT, ja, nee, der, der, der direkt hinter dir ist, hat versucht, den, der zwei hinter dir ist zu töten. Das heißt, hab ich jetzt Vorsprung? Nee, noch nicht. Okay. Gut, bleib wach da. Wir sind beide immer noch hinter dir. Dicht auf den Fersen? Ja. So, jetzt hab ich dir ein bisschen rausgetrickst. Ja, jetzt, die fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Jetzt musst du umdrehen und beide gleich mitklatschen. Der eine ist gestorben. Das ist Walking Tail noch hinter dir. Der hält nicht mehr viel aus, der hat eben schon passiert. Ich halt auch nicht mehr viel. Ah, fuck. Dolle Scheiße! Okay. Warte, hast du doch Lust, der runde Splack, oder? Warum nicht? Ja, okay, dann spüren wir doch noch und Splack. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, wir sind jetzt bei Splack. Das heißt, jetzt werden die Eier geworfen. Wieso, wieso gehen bei mir die Eier nicht? Ah, ich... Oh, Mann, ey! Irgendwie ist das Spiel doch kaputt bei mir. Oh, da kann ich jetzt endlich Eier schießen. Okay, ich kann keine Eier schießen. Die Zeit hängt. Das Spiel scheint bei mir richtig im Arsch zu sein. Dann versuchen wir einfach zu überleben. Was macht der denn? Ist der jetzt... Boah! Ja, jetzt ist er rausgegangen. Das ist ja wieder... Toll, das ist der Folge für ein Arsch ist das. Ich muss hier jetzt wieder alleine unterhalten. Naja, mach ich es sonst auch. Oh, fuck. Und da falle ich auch noch runter. Okay, wir versuchen jetzt einfach zu überleben. Schießen können wir anscheinend nicht, weil das Spiel total abhängig ist. Mike ist rausgegangen, der Idiot. Nobara verliert, man muss ja nicht immer gleich durchdrehen. Mach ich ja auch nicht. Weißt du, ich fand ich ein bisschen übertrieben. Ja, aber bei mir scheint Bankrupt anscheinend zu lecken. Ja, okay, da haben wir auch einen Time-Mode. Was soll ich machen, Leute? Ich bedanke mich trotz alledem fürs Zusehen. Mit, äh, Mike werde ich nochmal ein ernstes Wörtchen reden, weil das ging gar nicht. Einfach so zu disconnecten. Ähm, ich würde mich für eine positive Bewertung über dieses Video sehr freuen. Wir sehen uns auch schon morgen wieder bei Minecraft. Äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss.